Das ist fast ein Scheiß, ich habe ihn nicht ganz gewohnt. Nein! Oh mein Gott! Das ist den, oder? Hey Leute, ich bin Lukas und willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und heute haben wir mal wieder eine Challenge mit Jonas. Jo, hey, ich bin Jonas. Da gab es ja jetzt schon zwei Stück Leute und in der letzten habe ich eben gewonnen gehabt und in der allerersten hatten wir eben zusammengespielt. Und jetzt ja, die dritte Folge. Und wir haben uns mal ausgedacht, dass wir in Solo-Show dann nur mit der Ulti killen dürfen. Da bilden wir uns jetzt einen Brawl aus Leute und starten direkt rein. So Leute, die Runde fängt auf jeden Fall an. Und wie gesagt, wir dürfen Leute mit unserer normalen Attacke nicht killen. Oder unten bist du Leute. Ah, da bist du ja, genau. Also Jonas hat Shelly genommen, ist auch eine gute Wahl, weil ihre Ulti eben sehr stark ist. Aber ja, wir dürfen natürlich nur mit unserer Ulti jetzt erstmal killen. Und ich bin mal gespannt, wer wird jetzt länger überleben, ist die Frage. Ja, mit Power-Ups läuft schon mal ganz gut. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut, die ganzen Power-Ups zusammen fällt mir gerade auf. Wieso? Ich mach's auch. Ja, kann sein, dass die normale Attacke ein bisschen zu stark wird sogar. Achso, ja. Na gut, aber mir ist nicht so schlimm. Okay, ich versuche mal hier den Code zu hitten und da mal eine Ulti aufzuladen. Okay, nice. Okay, nice, nice. Ich hab schon mal ein Drittel von der Ulti. Da ist Jonas. Aber schade, schade. Lass mal Ulti aufladen? Ja. Oh, dankeschön, dankeschön. Gerne. Noch einen Hit bräuchte ich und dann hab ich die eigentlich schon. Ja, und Leute, wenn man aus Versehen jemanden killt, hat man auf jeden Fall direkt verloren, ist das klar. Oh, das ist ein Code. Oh, mein Gott, die Ulti. Nice. Alter, ich hab einfach fast meine Ulti, da fehlt nur so ein Millimeter. Scheiße. Aber ich glaub, der hat's jetzt wieder... Ja, nice, jetzt hab ich die Ulti, Leute. Und jetzt kann ich eigentlich direkt killen. Und... Ja, nice, direkt mit Ulti geholt. Ah, mies. Richtig gut. Der Board will gerade schon Giftzäuber wegstellen. Oh, da kommt ein Bär auf jeden Fall. Den hab ich auch. Aber leider kann man an dem Bär nicht seine Ulti aufladen. Okay, nice. Dodge. Oh mein Gott. Wieder hier den Hit gelandet. Alter, ich hab so Probleme mit den ganzen Colts, ich sag's dir. Okay, Leute, ich hab einfach fast wieder meine Ulti. Eigentlich... Dodge. Ich glaub, ich kann die Alvinita wieder hier aufladen. Nice, wieder Ulti aufgeladen, Leute. Und jetzt kann ich einfach direkt wieder irgendjemanden holen hier. Schau mal. Okay. Ah. Ich überleg grad, wie ich's am besten mach. Da muss er auch in irgendeiner Weise stehen bleiben. So, und drauf. Nice, Leute, wieder geholt. Okay, da ist die Situation. Oh, scheiße, er hat schon seine Ulti. Fällt mir gerade auf. Dürfen wir uns gegenseitig eigentlich ohne Ulti killen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Ich muss jetzt irgendwie versuchen... Im Nahkampf ist es natürlich schwer. Jetzt gegen... Oh, ich hab meine Ulti. Okay. Alter, was machen wir jetzt? Das ist taktisch. Das ist auch schwer gerade. Ja. Okay, ja gut. Nice. Die war komplett gewastet. Easy getrunscht. Ohne geprägt. Und... Ja, okay. Im Regelfall, ja. Ja! Scheiße. War ist genau gereicht. War eine krasse Runde. Im Nahkampf hat doch Shelly natürlich überlegen gewesen. Schade. So, Leute, neue Runde. Ich hab mal was gewagt. Und zwar hab ich Terra genommen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, mit ihrer Ulti zu killen. Aber ich hab ja die Star Power. Und ihr wisst ja, da kommt dieses Schattenvieh auf jeden Fall raus. Ich nenne das einfach immer so. Ja, das hat echt so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Schreibt mal das in die Kommentare, auf jeden Fall, wenn ihr es wisst. Ja, wie gesagt, Ulti aufladen, Leute. Und dann nur mit diesem Strudel. Der macht eigentlich nicht so viel Schaden, aber ist auf jeden Fall trotzdem ganz spannend. Ja. So, ich probier mal. Ah, da bist du ja schon. Ja, ich. Ich könnte mal dir irgendwann ein Ulti aufladen. Nee. Ich sammle erstmal die ganzen Power-Ops hier. Ah ja, hier ist ein Poco. Stabil auf jeden Fall. Ich hab bisher noch keinen Gegner gesehen, außer dir. Lol, da macht einfach ein Brock Ulti auf die Kiste. Was? Ja, er hat mich fast geholt, wegen dieser Star Power dann noch. Ich hab jetzt 8 Power-Ops, das ist das Problem. Ich darf jetzt mal ein paar Killen. Okay, krass. Das wäre ein bisschen doofig für mich gewesen. Wenn du gute Hits landest, ein bisschen direkt eigentlich. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich muss das halt echt schauen. Alter, der Poco macht aber auch ordentlich Schaden gerade. Oh Gott, fast gekillt. Oh, lol. Ich darf dich halt nicht killen. Ich hab aufs Reflex fast eh noch gekillt eben. Alter. Es ist halt echt sauhart, hier dich zu killen. Das ist richtig schwer. Ja, mit 8... Oh mein Gott, ey, ich hab halt 8 Power-Ops und das ist so. Ich hab halt auch erst die Hälfte gerade aufgeladen. Schade, ich hab verloren. Lol, echt? Ja. Hast du jemanden gekillt, auszusehen? Ja, auszusehen. Okay. Kacke. Ja, dann probier's nochmal weiter ein bisschen, aber... Ja, also easy für mich, das gewinne ich einfach, ganz ehrlich. Okay, lol. Lol, okay. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen sinnlos dann. Ich weiß nicht, das ist halt blöd, wenn man sich aus Versehen killt, ne? Ja gut, wenn du schon verloren hast, dann macht das ja keinen Sinn. Ja, klar, ist ja logisch. Aber jetzt kann ich mich vielleicht noch drin lassen, was ganz lustig war, ne? Ja, der ist noch der Bot da hinten. Alter, verpläst. Guck mal, das macht er wieder. Der kennt. So, Leute, auf jeden Fall jetzt. Es steht 1 zu 1, letzte Runde. Ich hab hier auf der Wirbelhöhle Rico. Rico macht dir eigentlich gar nicht so viel Schaden, außer mit seiner Ulti. Von daher... Da kommt auch direkt Jonas. Ich könnte eigentlich direkt hier Ulti schön aufladen. Ey, du hast mich ganz schön gehittet gerade. Ja, ich hab's gesehen. Gerade noch so gelangt eigentlich, ne? Naja. Ich hätt mich eigentlich sterben sollen, hättest du verloren gehabt. Ja, ich vergesse auch immer, dass die Star Power haben. Die machen ja auch ordentlich Schaden. Ja, ja. Ah, ich glaub, sogar bei Rico ist ja die Star Power, dass er mehr Schaden macht, wenn die Bälle nochmal abholen. Ja, wenn die bouncen. Ah, das ist natürlich... Das ist natürlich dann... Okay. Immerhin fast die Hälfte schon von der Ulti. Mal gucken, ob der da noch hockt, der Bo. Noch hockt? Ob hockt, hab ich gesagt. So, in die Mitte könnte ich mal ein bisschen rein. Oh, ich hab den Fass geholt, er hat nur noch 63 gehabt, alter. Okay, krass. Hätte ich fast verloren eben schon. Okay, also ich... Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, nice. Alles im Griff hier. Okay, nice. Habt ihr Ulti geladen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich irgendjemand auch richtig hätte. Okay, der Bo. Ah, wenn er oben reinläuft, hab ich ihn, glaub ich. Ja. Hab ihn geholt. Oh mein Gott, der... Der Dings wohl auch nicht Ult. Und? Ulti? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh lol, er hat's fast... Scheiße, ich hab ihn nicht ganz geholt. Nein! Oh mein Gott! Das ist den, oder? Ist auch egal. Ja, da hast ihn geholt. Ich bin ein Ehren, Mann. Ja, ja. Ah, du hast mich fast geholt. Warte, ich hab... Fast geholt, aber... Wer lebt denn da noch, weißt du das? Ein Bulli. Oh lol. Der wird uns auf jeden Fall auch ohne Ulti holen. Nein! Ich versuch's die ganze Zeit, das ist so verzweiflung, ey. Ah, scheiße. Aber wenn du dich holst... Nein! Ah, ich hab dich nicht geholt. Wo ist dein Bulli eigentlich? Er ist irgendwie auch ein Bulli, scheiße. Scheiße, oh mein Gott, da unten ist er. Oh mein Gott. Verpiss dich, Bulli. Oh mein Gott, der wird auf mich legt, glaube ich. Ich glaub, der geht auf mich. Verpiss dich, Bulli. Okay, Ulti. Yes! Was? Ich hab mit Ulti geholt, weißt du. So ne Seite, kacke. Boah, hast du schon aus. Loil, er rast rein? Sorry, gar nicht. Boah, der ist so ne ultraspannende Runde, ey. Die war richtig nice. Überverpackt zweimal. Ja, ich hab glaub ich drei Leute jetzt insgesamt mit Ulti geholt. Richtig gut. Ich hab einen gut. Ist auch schwer zu laden gewesen. So Leute, das war's wieder mit der Challenge. Ja, ich hab am Ende gewonnen, ganz knapp. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst ein Like da unten, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich gerne mal bei Jonas vorbei. Ja, ich brauch die Abos ganz drüber. Ja, er braucht die Abos, Leute. Macht bei ihm mal die 5 Abos vorbei. Ja, das war's auf jeden Fall, Leute. Ciao. Ciao.